Was ist denn das mit dem Steam-Sound? Das ist der binaurale Sound, da schon wieder. Achso, wir müssen hier hinter. Nicht da hoch, da sind die Minenfelder. Dann rennen wir hier zu unserem SCEP-Tower. Da war doch die irgendwo. Ah, direkt vor uns. Ist jemand über Felsen gesprungen? Ja, ich sehe es. Ich bin aus dem Felsenhof. Achso, wo ist es? Wo ist es? Genau vor mir. Also Richtung Süd. Ah, ja. Ich sehe es. Ja. Okay. Könnt ruhig zur Verstärkung mitkommen. Nicht, dass das sich gesocks dummelt. Was ist denn heute hier los? Das war heavy. Das war wie das. Was ist denn heute hier los? Was? Das war heavy. Das war wie durch. Echt? Ja, ja. Da ist schon einer. Ja. Von rechts. Oder? Was? Spieler? Nee. Ich hab's jetzt. Wo? Habt ihr noch nicht geteilt? Von rechts glaube ich. Also aus Richtung dieses blöden Turms würde ich sagen. Ich geh mal decken. Wo du bist. Ich bin nicht da klein guter. Ich geh mal hoch gucken. Und oben sieht man es immer ein bisschen besser. Das kam aus Richtung von diesem blöden Funkturm. Kommt oben und los ist es. Ja, ja. Seid ihr jetzt beide drüben? Nee. Nee, nur ich. Oh Gott! Ich bin nicht der King. Steh dich. Entschuldigung. Matze, sagst du mal was? Ich bin beim Schiffbrum. Ich bin beim Schiffbrum. Da kommt einer. Das bin ich oder? Was Spieler? Ne der ist hier Das bin ich für euch gewesen, ich bin rausgebracht Alter Hab ich auch gesagt Okay Oder? Lass ich ein bisschen Deckung geben Sie aber nichts Ich kann nicht mal die scheiß Goldkette in das Ding backen Hm Hm Oder ein Scaf brauche ich noch? Können wir drinnen, Vols? Das brauche ich Also nicht gerade Ich habe zwei Schritte gemacht So Alter Der wird gerade los So Da war es nur noch einer Ich wünsche ich komme Jo Braucht jemand was zu trinken? Ich hab's nicht wieder mit dem X mit ja Das wäre nicht schlecht Okay Dann komm runter in den Keller Komm ich Schwupp Da Ach du bist hier Ja Hier Die haben wir uns Das muss hinten an dem Felsen sein Denk ich auch Ja dann hin Du kommst daher, ne Geht es denn weg bei Hand an deinen Netzen den Ja Ich bin ganz nah am Wasser. Also noch weiter links. Ich hocke mich mal hier ins hier Busch und gucke mal in die Gegend. Oh, ich bin raus. Scheiße. Nein, bleibst du. Oh, da unten ist einer. Das nervt mich. Ich muss dann als nächstes mal den Router noch stoppen. Ich sehe einen Beute. Ich sehe ihn nicht. Der liegt da unten im Gras. Roten ungefähr. Wenn du runter zum Wasser guckst. Zum Wasser? Steht auf. Denk dran, ich bin hier bei Benji. Oh, ich bin tot. Oh Scheiße. Mist, da war noch einer. Wo hat denn der dich erwischt? Aber der andere am Wasser war aber tot. Einen habe ich erschossen. Das war glaube ich kein Skeff, weil uns ging nicht bling. Krage, wo du liegst. Ah, ich höre über das Rennen. Einen Jusik habe ich erschossen, Alter. Es war gar nicht meine Absicht. Ja, Matze, ich weiß nicht wo du liegst. Das ist immer scheiße. Ne, kümmert euch erstmal um die Typen. Wollen wir uns verdanken? So. Du meinst die neue Tanke, ne? Ja. Wollen ich hier nicht, Idiot? Was war das? Du hast ja noch einen Skefferschass, ne? Alter. Lebst du noch? Ja. Oh, da scheint einer auf dem Hügel oben zu sitzen. Ja. Also ich hab eh einen Skefferschass. ok cool da sitzt der da oben wollen wir uns den holen ich bin hinter dem blauen zaun ist das ein scaf weiß ich nicht wie ist die kürschritzer wie läuft stück hoch wo war der an den kassen 8 drinnen mhm kackers kack 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 Das war's für heute. Vielen Dank. Meine Rüstung ist komplett runtergeschossen. Besser. Besser. Mhm. Ich krieg hier zu spüren. Ich trage sie. Aber eins gibt das nicht. Besser. 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 Achso, du nimmst auf. Ja. Ich hab tatsächlich einen umgeniedert. Geil. Wie hieß der denn? Weiß ich doch nicht. Achso. Ich hab doch seine Marke nicht gelootet. Achso, stimmt. Ja, ja, ja. 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 Ja.